Seit der Gründung 1966 gehört die Firmengruppe Ebner Logistics in Talgau zu den zuverlässigsten Speditionen in Österreich. Dass dies so ist, ist ein Verdienst des Engagements der Belegschaft. Ein wesentlicher Erfolgsgarant ist die offene interne Kommunikationsstruktur. Jeder Mitarbeiter kann hier ganz nach dem Motto, was auf den Tisch kommt, wird gelöst, seine Anliegen vorbringen. Darauf legt die Firmenleitung größten Wert. Das daraus resultierende familiäre Arbeitsklima und die flachen, aber klaren Hierarchien wirken sich äußerst positiv auf das gesamte Team aus. Auch die Aus- und Weiterbildung der Fahrer, Logistikkräfte und Büroangestellten ist ein wichtiges Thema. So übernimmt Ebner Logistics zum Beispiel die Kosten für den Kran und Gefahrengutführerschein. Zudem wird stets in die Ausstattung der Arbeitsplätze investiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Berichte Vielen Dank.